ich nehme weitaus zu viel zucker zu mir ich werde mir jetzt wasser besorgen und ich hoffe sie werden bei meiner rückkehr noch anwesend sein haben wir einen vertrag gut mit links werden keine verträge gemacht das bild ist gespiegelt ist das links für euch oh mein gott das ist links für euch das ist seltsam ich bin euch was mit natürlich gar kein problem ich bin sofort wieder da was soll das denn ja warum auch warum auch ich muss mir anscheinend doch kein wasser holen es scheint er quicken sich auch meine eltern bei denen ich momentan bin meiner qual und haben mich gehört herausfordere eltern wie wir immer so schön sagen eltern fluss scharfschützen einfach so ist es richtig aus mit dem alert zusammen danke mit der mit der mit der benachrichtigung zusammen ja kommt gibt ja das könnte echt cool als ob das jemals ein ende nimmt kannst du bitte nicht so rumstönen danke kuss ich glaube ich gehe für die geschwindigkeit variante 20 minuten essen gewesen und zähler um zwei minuten runtergegangen ja ich fürchte sowas in der art wird sich heute noch öfter schwierig wissenschaftler liegen falsch ich glaube an mich und meine fähigkeit wir hatten schon oder tafferkeitsameise spielen habe ich auch anders lust drauf aber auch alleine nehme ich an oder aller höchstens zu zweit weil mit noch mehr wird das nicht eine kompletten katastrophe mit der kombination aus kommunikation mit euch und anderen menschen nein nein es werden keine 24 stunden bitte nicht so wir könnten jetzt so dummes zeug ausprobieren wie eh maximieren ja wegen der veränderung auf dem aktuellen äh auf der aktuellen erneuerung des spiels oh Gott oh hier sehe ich eine potenzielle tötung hallo guten tag ich bin interessiert an ihnen Nein nee Nee Vooo NMm ud hm war ok war ok Ist OK Deutsch Schmitty Bitte Bitte ı shocked Nan Bitte Also, das war eine sehr wichtige Tötung für uns, ja. Wir spielen jetzt mit tödlicher Geschwindigkeit. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt... Also, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, jetzt die E zu maximieren. Ich sehe das einfach nicht so ganz. Könntest du ein bisschen... Jetzt wäre Rennen angesagt. Oh. Oh. Das ist so schön, das ist ein Name, den ich auf Deutsch vorlesen kann. Den Wolkenvogel. Hey, willkommen und ich danke dir für deine Invasion. Deinen Ansturm. Du musst wissen, es ist mir heute nicht genehmigt, englische Begriffe zu verwenden. Von daher rede ich so, als wenn ich über jedes Wort 10 Sekunden nachdenken muss, weil ich das tatsächlich tue. Ich heiße euch alle willkommen. Freue mich, dass ihr da seid. Und bedanke mich natürlich. Ui. Ui. Wollt ihr mich verlieren sehen? Wollt ihr mich lebensbilden? Statistik und auch generell sonst viele Dinge verlieren sehen? Ich hätte alles am Angebot, glaube ich, heute. Ich habe einen Angriff beendet. Ich komme ein wenig rein, glaube ich, in das Nichtverwenden von gewissen Begriffen. Wenn ich jetzt einen Drachen starte, werde ich doch direkt genommen. Ich glaube, ich habe mir gerade schon selbst meinen Trick besiegelt. Ja, also das wusste ich halt. Aber ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Deswegen habe ich es gemacht. Das war halt wirklich komplett dumm. Aber ich habe uns gerade mit höchster Wahrscheinlichkeit die ersten 15 Minuten des Spiels verloren. Sehr cool. Habe ich schon wieder C-Wort gesagt? Ach, ich hasse mich. Das habe ich doch jetzt schon drei, vier Mal gesagt. Das kann ja nicht immer noch so sein. Ja, ich komme trotzdem nochmal wieder. Hilft alles nichts. Können nicht einen Olaf mit 1-1 da rumstehen lassen. Einfach nur eine W. Einfach nur eine W. Bitte weh den doch einfach nur. Ich habe keinen Red Smite. Brauche ich auch nicht. Ich habe... Gebt her. Gebt her. Das ist toll. Komm. Ja, ist drauf. Im Affekt ist es... Vergisst man es wirklich? Das ist verrückt. Ja, das ist ein Begriff, Leute. Das sind zwar zwei Wörter, aber das ist ein Begriff. Ein zusammenhängender Begriff. Okay. Ihr seht es nicht. Gut, dann seht ihr das halt nicht. Dann sind wir wieder bei dreieinhalb Stunden. Cool. Klar. Och nee. Och nee. Ich habe schon wieder... Oh. 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 Wunderschön. Drücken, drücken, drücken. Du bist zwar ein Hund, aber wir drücken. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Turm. Warum nicht? Okay, dann nicht. Kriegen wir halt einen einfachen Turm raus. Ich weiß, das willst du als Nasus eigentlich nicht, aber es tut mir leid. Wir nehmen einen Turm mit, wenn wir einen Turm kriegen können. Ui, ich bin ziemlich stark gerade. Kann das sein? Oh, das war so knapp. Ein, ein Angriff und der wäre weg gewesen. Ein Angriff. Ich wollte den unbedingt, falls man das nicht gesehen hat. Wir wollen jetzt einen Drachen. Und dann sind wir, glaube ich, erstmal glücklich. Vielleicht gucken wir aber auch hier unten vorbei. Gefällt mir nämlich auch der Gedanke. Ja, da bin ich dabei. Das ist prima. Ja, ja, ja. Das ist unsere. Ja, schöne Tötung. Das ist doch ein einfacher Gewinn noch einfach an der Stelle. Habe ich gerade echt in diesem Kampf kein englisches Wort gesagt? Ich bin ja eine Legende. Hey, du hast noch nicht wieder... Ach, langweilig. Der Weihgarten gehören. Ja, ich bin auch überrascht, muss ich zugeben. Zählt hey. Leute, zählt hey. Also wenn hey ein englisches Wort ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Wie heißen eigentlich die Gegenstände? Ich kann das so schlecht lesen. Die heißen Kraken... Ähm... Hier gibt es doch so ein schön episches Wort für. Kraken-Erlediger. Kraken-Töter. Kraken-Bezwinger. Ähm... Verstärkte Stahlkappen. Also, also... Ähm... So mit Platten verstärkte Stahlstiefel. Ein... 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 Ein Bogen halt. Und... Und ein vampirisches Zepter. Habe ich tendenziell einfach was gegen? Nee. Dem bin ich ausgewichen. Dem bin ich extra ausgewichen. Was war das für eine große Treffzone? Trefferkasten. Dankeschön. Was eigentlich mit Anglizismen? Gar keine Chance. Die darf ich nicht. Ich meine, hey statt hey. Also Dänisch. Siehste? Genau. Also erstens, guter Punkt. Zweitens führt das genau diese Diskussion ad absurdum, weil... Richtig. Aus welcher Sprache könnte es noch alles kommen? Aus welcher Sprache? Hm, ja gut. Ich habe deklariert kein Englisch. Ich habe nicht deklariert nur Deutsch. Hm. Ausgespielt. Ich werde mir meine E aufbewahren für den Fall der Fälle. Dass sich jemand zeigt. Ah, oh boy. Ja, gibt her. Ist drauf. Ist drauf. Juhu. Oh nein. Ich bin so schlecht. Hast du unverdient, dass ich das überlebe? Es war so offensichtlich, wie er sich bewegt hat, dass er mich, dass er mich sieht. Und trotzdem laufe ich da rein. Warum hat er für mich eben nicht die Ultima-Tür benutzt? Weil er noch gerade auf C runter, oder was? Auf Kalt runter. Abklingt Zeit. Ja, wie gesagt, ich übersetze Dinge absichtlich. Das heißt nicht absichtlich, aber ich übersetze einfach sehr wortwörtlich gerne. Muss man nicht so viel nachdenken. Ja, den Drachen, das wäre jetzt eine tolle Aktion. Ah, ich habe noch geblitzt. Oh. Ich mache so viel Schaden. Ich mache so viel Schaden, aber die kommen alle ganz knapp weg. Ich glaube, ich muss hier tatsächlich auf das schöne Item hier gehen. Ach, ich habe schon wieder einen. Gegenstand. Und ich sehe gerade auch mit dem sechsten WB. WB. Da ist jemand immer noch ein Stück Müll. Das bin ich. Dank dem Waldapotheker. Ich danke dir, Waldapotheker, für fünf verschenkte Abonnements. Das klingt alles so seltsam, wenn man alles auf Deutsch sagt, obwohl das eigentlich normal sein sollte. Ich weiß auch nicht. Ich danke dir einfach nur. Habe ich, ich habe nicht WB. Ich bin vollidiot. Ich sehe einfach nur, dass der Zähler nicht runter geht. Der geht pro Spiel eine Minute runter oder sowas. Was ist das denn? Was macht die alle? Die haben ja den dicksten Wurfarm auf dem Sir, auf dem, in Europa. Zentralrechner. Dankeschön. Der größte Wurf. Oh mein Gott, europäischer Zentralrechner, anstatt dem S-Wort zu sagen, hat generell voll Mai-Mai-Wert. Also ich finde, eigentlich ist das dritte Problem, die anderen zwei einfach annulliert. Aber das musst du mit dir selbst ausmachen. Ach, ich vollidiot. Wieso habe ich jetzt so ein dummes Wort gesagt? Mannschaft! Mannschaft! Du bist so meldbar! Du bist so meldbar, das ist nicht mehr normal. Ja, Spiel verloren. Cool, das hat Spaß gebracht. Ich freue mich extrem, dieses Spiel gespielt zu haben. Ja, ist drauf. Ist schon drauf. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja, es ist drauf. Ich liebe dich.